Ok, es geht weiter. Bannansage Teil 2. Eine Stunde Bannansage. Es geht weiter. Heute über das Multi-Mikrofon, weil wir jetzt auf ASIO Treiber umgeschaltet haben. Und wir machen da jetzt weiter und heute wird es auch laut. Musik haben wir uns schon ein bisschen rausgesucht. So, dann gucken wir mal, wie das hier läuft. Das läuft sehr gut. Wollen wir mal gucken, ob wir gute Quali haben. Mensch, wir haben heute echt ein tolles Bild. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja geil. Das ist echt geil. Das ist echt cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sieht gut aus. Und heute machen wir halt die Bandansage Teil 2. Heute beginnt das abmischen. Gestern haben wir ja die Cuts gemacht. Und heute geht das im Grunde genommen um die Worst. Und jetzt können wir auch sagen, ob es gut wird oder nicht so gut wird. Aber ich gehe mal davon aus, dass es gut wird. Heute Musik einsetzen. Und heute Nachmittag kommt jemand und spricht schon für das nächste Projekt ein. Heute haben wir ja Freitag und ich werde heute Abend auch nochmal senden. Und zwar werde ich mit meinem Kumpel World of Tanks spielen und das werden wir dann auch live übertragen. So, also wenn ich mal nicht sappel oder so, wisst ihr Bescheid, meine Damen und Herren. Wir machen jetzt also im Grunde genommen den ersten Block. Wir werden das jetzt alles wieder neu zusammensetzen müssen, was wir gestern geschnitten haben. Wir brauchen nachher noch einen Delay, den bauen wir nachher noch ein und, 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 und. So, Freunde, die erste, erste Musiktitel. Der Musiktitel hört sich noch ein bisschen blöd an, wir haben ja noch ein paar mehr. Den würde ich nicht erst am Anfang nehmen, also diese Musiktitel habe ich jetzt rausgesucht. Wir nehmen sehr viel von Yummy Sounds, das ist lizenzierte Musik, die ist auch GEMA-frei. Aber man muss jemand ein Heilengeld dafür bezahlen, fürs ganze Jahr, um überhaupt die Lizenzen zu bekommen. So, noch ein Blick bis die Platten anspringen. Damit würden wir anfangen. Das Besser ist Track Nummer 1. Den setzen wir jetzt ein. Den löschen wir nochmal. Der kommt später. So, erstmal Lautstärke auf 12 Uhr. Normalisieren, ihr seht. Es wird ein bisschen lauter und dann müssen wir den einfügen bei uns in die Leads. So. Dann muss das mal an, dann müssen wir nachher eine laut und leise Kurve bauen. So. Nehmen wir mal die ersten Voices. Die setzen wir natürlich da rein, wo die Musik dann gut anfängt und da wird es dann nachher auch leise. Die werden dann auch ein Automations-Clip bauen. Und dann werden wir dann einen Automations-Clip bauen. Das ist die Lautstärke. Und hier, wenn er redet, wird es leiser. Damit man davon auch was versteht. Ab und zu mal jedenfalls. So. Und wenn wir dann ein paar Minuten fertig haben, dann kommen die Geräusche. Weil da sollen nur noch ein paar Geräusche rein, wie von Dosenwerfen oder sonst irgendetwas. Hallo liebe Freunde, auf mir die Röfer begrüßt euch auf dem besten Platz. Wir wünschen allen kleinen und großen Besuchern eine tolle Zeit auf der Kirmes. Mit vielen tollen Erinnerungen und wir wählen die Eure auf und zum Start. So, hier bauen wir auch noch mal einen hin. Da ist die Ansage ja noch lange nicht zu Ende. Und außerdem muss ich da noch mal den Text raussuchen. Hallo liebe Freunde, auf mir die Röfer begrüßt euch auf dem besten Platz. Wir wünschen allen kleinen und großen Besuchern eine tolle Zeit auf der Kirmes. Mit vielen tollen Erinnerungen und wir wählen die Eure auf und zum Start. Und für alle anderen und großen Besucher eine tolle Zeit auf der Kirmes. Mit vielen tollen Erinnerungen und wir wählen die Eure auf und zum Start. Die Eure auf und zum Start. Für alle, die uns noch nicht kennen. Die Eure auf und zum Start. Für alle, die uns noch nicht kennen. Für alle, die uns noch nicht kennen. Wir sind Familie Röfer. Für alle, die uns noch nicht kennen. Wir sind Familie Röfer. Seit über 20 Jahren begeistern wir euch schon mit unseren Kultballwerken auf die deutschen Festplätzen. Mit vielen tollen Erinnerungen und wir wählen die Eure auf und zum Start. Und für alle, die uns noch nicht kennen. Wir sind Familie Röfer. Seit über 20 Jahren begeistern wir euch schon mit unseren Kultballwerken auf die deutschen Festplätzen. Mit vielen tollen Erinnerungen und wir wählen die Eure auf und zum Start. Für alle, die uns noch nicht kennen. Wir sind Familie Röfer. Seit über 20 Jahren begeistern wir euch schon mit unseren Kultballwerken auf die deutschen Festplätzen. Was? Ihr wart doch nicht bei uns. Wir werden die Deutschen festplätzen. Was? Ihr wart doch nicht bei uns? Wir werden die deutschen Festplätzen. für euch, die ihr jemals mal ein Teilwerfen gesehen habt. Okay, das hört sich schon ganz gut an. Wir müssen uns jetzt mal den Text holen. Dann fange ich mal nach oben. Das ist eben halt nur so, wenn ich weiß, wo der Block zu Ende ist. Wir wollen Kultballwerken auf die deutschen Festplätzen. Was, ihr wart doch nicht bei uns? Dann wird es aber Zeit. Dann können wir ein bisschen zusammen. Bei uns? Dann wird es aber Zeit. Bei uns? Dann wird es aber Zeit. Wir haben die wohl größte Gewinnauswahl für euch. Bei uns? Dann wird es aber Zeit. Wir haben die wohl größte Gewinnauswahl für euch, die ihr jemals mal ein Teilwerfen gesehen habt. So, ein noch. Ich glaube, die beiden sind das. Dann ist der erste Block schon zu Ende. Die wird jetzt auch langsam wieder lauter. Wir haben die wohl größte Gewinnauswahl für euch, die ihr jemals mal ein Teilwerfen gesehen habt. Also, worauf wart ihr? Bei uns erleben wir Spiel und Spaß mit super Gewinnen. So, das können wir noch ein bisschen leiser machen. Und den Voice, den werden wir wahrscheinlich gleich auch noch ein bisschen lauter machen. Müssen wir mal gucken. Jetzt kann ich es hier verschieben. Müssen wir sehen, dass wir die Linie richtig einhalten. Und hier gehen wir dann wieder hoch. Müssen wir jetzt mit der Linie übereinstimmen. Genau. Gehen wir da wieder hoch. Das ist eigentlich ein Grund im Befehl, dass er jetzt wieder lauter werden soll. Aber was anderes ist es nicht. Dann muss das mal an. Worauf wart ihr? Bei uns erlebt wir Spiel und Spaß mit super Gewinnen. Dann wäre der erste Block ja schon fertig, ne? Hallo, liebe Freunde. Familie Röfer begrüßt euch auf dem Festplatz. Wir wünschen allen kleinen und großen Besuchern eine tolle Zeit auf der Kirmes. Mit vielen tollen Erinnerungen und Gefühlen, die eure Augen zum Strahlen bringen. Für alle, die uns noch nicht kennen. Wir sind bei mir hier rüber. Seit über 20 Jahren begeistern wir euch schon mit unseren Kultballwerken auf die deutschen Festplätzen. Was? Ihr wart doch nicht bei uns? Dann wird es aber Zeit. Wir haben die wohl größte Gewinnauswahl für euch, die ihr jemals bei einem Ballwerken gesehen habt. Also, worauf wart ihr? Bei uns erlebt ihr Spiel und Spaß mit super Gewinnen. So, jetzt gucken wir mal nach, wie das am besten läuft mit dem Masterring. Weil, wenn der Block abgeschlossen ist, da ist das Masterring jetzt. Wollen wir mal gucken. Hallo, liebe Freunde. Familie Röper begrüßt euch auf dem Festplatz. Wir wünschen allen kleinen und großen Besuchern eine tolle Zeit auf der Kirmes. Mit vielen tollen Erinnerungen und Gefühlen, die eure Augen zum Strahlen bringen. Für alle, die uns noch nicht kennen. Wir sind bei mir hier rüber. Seit über 20 Jahren begeistern wir euch schon mit unseren Kultballwerken auf die deutschen Festplätzen. Was? Ihr wart doch nicht bei uns? Dann wird es aber Zeit. Wir haben die wohl größte Gewinnauswahl für euch, die ihr jemals bei einem Ballwerken gesehen habt. Also, worauf wart ihr? Bei uns erlebt ihr Spiel und Spaß mit super Gewinnen. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt müssen wir den Übergang schaffen. Jetzt müssen wir den Übergang schaffen. Der kommt später. Nehmen wir erstmal was für Kinder. Den Trecker hat er mir geschickt. Mal sehen, ob es klappt. Ich glaube schon. Hakuna Matata. Diesen Spruch sag ich gern. Er ist ein... Es kann... Keiner nimmt uns nie... Philosophie... So, jetzt müssen wir unseren Text ein bisschen weiter wegschieben. Ähm... ... Wie ihr jemals bei Eierwerfen gesehen habt? Also, worauf warten wir? Bei uns erlebt ihr Spiel und Spaß mit super Gewinnen! Hakuna Matata. Diesen Spruch sag ich gern. Hakuna Matuch, sein Geruch, war kein lieblicher Dumpf, denn er musste nur fressen und schon kam die Gelug. Meine Schwarte ist dick, doch mein Seelchen zahlt. Das war ein Mief. Sie vertrieb. Das war wirklich krass. Mich vertrieb er nie. Ich fand das immer voll gemeint. Nein, nein, nein. Ja, das war echt eine Krall. Du hast es fast nicht normal. Ja, das war echt blöd. Ich mach das ewige Hupen. Und jetzt schreckliche Puppe. Ich dachte, du stoppst mich. Nein, du weißt doch, ich ekel mich. Hakuna Matata. Diesen Spruch sag ich gern. Hakuna Matata. Geht stets als vor der. Es heißt, die Sorgen bleiben immer fern. Genau. Ein kleiner. Kleiner nimmt uns die Philosophie. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Diesen Spruch sag ich gern. Sorgen bleiben immer fern. Ja. Was ich nicht mal? Nein, es ist nicht mal. Nein, es ist nicht mal. Mann, ich habe die Ausstattung. Geht die Philosophie. Hakuna Matata Nehmen wir mal den, das ist dann Track Nummer 3 Funum auf 12 Uhr stellen und dann wieder in den Miescher rein Die virtuellen, ich kann es auch hier drüber schalten, das geht auch So, das wollen wir nicht mehr haben Los nochmal Da werden wir den Übergang schaffen, also machen wir das hier wieder leiser Dann müssen wir ihm den Befehl zugeben Automationsgriff und runterfaden Okunama-data Akuna Madata heute wird laut genau so bevor ich mal kurz den text im text den text den text sehr langer blog und Untertitelung. BR 2018 Den haben wir noch das nächstes. Du, 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 du. Hey, ihr wu... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hey, ihr wunderbaren Menschen da draußen! Familie Höferlebt noch ein, alle möglichen Gewinne abzustauben oder mit vollen Händen! Ach, was rede ich da? Natürlich mit vollen Armen nach Hause zu gehen! Und zum Strahlen bringen, für alle, die uns noch nicht kennen! Wir sind Familie Höferlebt noch ein, alle möglichen Gewinne abzustauben oder mit vollen Händen! Ach, was rede ich da? Natürlich mit vollen Armen nach Hause zu gehen! Aber sobald ihr den Buch... Ach, was rede ich da? Natürlich mit vollen Armen nach Hause zu gehen! Das familienfreundliche Spiel mit der riesigen Gewinnauswahl der Familie Höfer erwartet euch! Das Besondere bei uns hat Kinder bis 12 Jahre alt in Pro-Spiel-Runde 4 Bälle! Also, wer von euch hat Lust auf eine Runde Ballwerfen? Ich kann euch versprechen, dass ihr dabei mehr Spaß haben werdet, als beim Verknoten eurer Schuhbänder oder Kuscheln mit eurem Partner! Und hey! Keine Sorge! Wenn ihr den ersten Wurf verfehlt, das ist wie beim ersten Deck, das ist wie beim ersten Deck, da muss man auch erst einmal warm werden! Aber sobald ihr den Bogen raus habt, werdet ihr süchtiger nach sein, Bälle auf unsere Dosen zu werfen und Gewinne abzustauben! Es ist wie eine Therapie! Ihr könnt all eure Aggressionen rauslassen und dabei noch Preise gewinnen! Ein Bälle auf unsere Dosen zu werfen und Gewinne abzustauben! Es ist wie eine Therapie! Ihr könnt all eure Aggressionen rauslassen und dabei noch Preise gewinnen! Hey, ihr wunderbaren Menschen da draußen! Familie Höfer lebt euch ein, alle möglichen Gewinne abzustauben und mit vollen Händen! Ach, was rede ich da! Natürlich mit vollen Armen nach Hause zu gehen! Das familienfreundliche Spiel mit der riesigen Gewinnauswahl der Familienhöfer erwartet euch! Das Besondere bei uns, Kinder bis 12 Jahren halten pro Spielrunde vier Bälle! Also, wer von euch hat Lust auf eine Runde Ballwerfen? Ich kann euch versprechen, dass ihr dabei mehr Spaß haben werdet, als beim Verknoten eurer Schuhbänder oder Kuscheln mit eurem Partner! Und hey, keine Sorge! Wenn ihr den ersten Wurf verfehlt, das ist wie beim ersten Date, da muss man auch erst einmal warm werden! Aber sobald ihr den Bogen raus habt, werdet ihr süchtig danach sein, Bälle auf unsere Dosen zu werfen und Gewinne abzustauben! Es ist wie eine Therapie! Da muss man auch erst einmal warm werden! Aber sobald ihr den Bogen raus habt, werdet ihr süchtig danach sein, Bälle auf unsere Dosen zu werfen und Gewinne abzustauben! Es ist wie eine Therapie! Ihr könnt all eure Aggressionen rauslassen und dabei noch Preise gewinnen! Es ist wie eine Therapie! Ihr könnt all eure Aggressionen rauslassen und dabei noch Preise gewinnen! Also, kommt vorbei! Wir sehen uns bei der Ballwerfbude und glaubt mir, ihr werdet es nicht bereuen! Kommt her, rollt die Dosen ab und holt euch im Handumdrehen eure Gewinne ab! Werft eure Bälle auf unsere einfach zu treffenden Dosen und gewinnt tolle Preise! Und wenn ihr abräumt, habt ihr frei aus der Ballwerfbude! Und glaubt mir, ihr werdet es nicht bereuen! Kommt her, rollt die Dosen ab und holt euch im Handumdrehen eure Gewinne ab! Werft eure Bälle auf unsere einfach zu treffenden Dosen und gewinnt tolle Preise! Und wenn ihr abräumt, habt ihr freie Auswahl! Freie Auswahl! Freie Auswahl! Habt ihr freie Auswahl! Und wer sagt, dass ihr nur alleine spielen möchtet? Und wer sagt, dass ihr nur alleine spielen möchtet? Fordert eure Freunde und Familie heraus und zeigt, wer der Ballwerf-Jampion ist! Und für diejenigen, die ihre Fähigkeiten noch verbessern möchten, haben wir auch Tipps und Tricks parat! Und wer sagt, dass ihr nur alleine spielen möchtet? Fordert eure Freunde und Familie heraus und zeigt, wer der Ballwerf-Jampion ist! Und für diejenigen, die ihre Fähigkeiten noch verbessern möchten, haben wir auch Tipps und Tricks parat! Und wer die Fähigkeiten noch verbessern möchten, haben wir auch Tipps und Tricks parat! Und wer die Fähigkeiten noch verbessern möchten, haben wir auch Tipps und Tricks parat! Ihr werdet in kürzester Zeit wie ein Profi werfen und könnt damit angehen, wie ihr wollt! Worauf warten? Los geht's! Kommt vorbei, wir habt Tricks parat! Ihr werdet in kürzester Zeit wie ein Profi werfen und könnt damit angehen, wie ihr wollt! Worauf warten? Los geht's! Und für diejenigen, die ihre Fähigkeiten noch verbessern möchten, haben wir auch Tipps und Tricks parat! Ihr werdet in kürzester Zeit wie ein Profi werfen und könnt damit angehen, wie ihr wollt! Worauf warten? Los geht's! Hey, ihr wunderbaren Menschen da draußen! Familie Röper legt euch ein, mit allen möglichen Gewinner abzustauben und mit vollen Händen! Ach, was rede ich da! Natürlich mit vollen Armen nach Hause zu gehen! Das familienfreundliche Spiel mit der riesigen Gewinnauswahl der Familie Röper erwartet euch! Das Besondere bei uns? Kinder bis 12 Jahren halten pro Spielrunde 4 Bälle! Also, wer von euch hat Lust auf eine Runde Ballwerfen? Ich kann euch versprechen, dass ihr dabei mehr Spaß haben werdet, als beim Verknoten eurer Schuhbänder oder Kuscheln mit eurem Partner! Und hey, keine Sorge! Wenn ihr den ersten Wurf erfehlt, das ist wie beim ersten Ding! Da muss man auch erst einmal warm werden! Aber sobald ihr den Bogen raus habt, werdet ihr süchtiger noch sein, Bälle auf unsere Dosen zu werfen und Gewinner abzuschauen! Es ist wie eine Therapie! Ihr könnt all eure Aggressionen rauslassen und dabei noch Preise gewinnen! Also, kommt vorbei! Wir sehen uns bei der Ballwerfbude und glaubt mir, ihr werdet es nicht freuen! Kommt her, rollt die Dosen ab und holt euch im Handumdrehen eure Gewinner ab! Wehrt eure Bälle auf unsere einfach zu treffenden Dosen und gewinnt tolle Preise! Und wenn ihr abrollt, habt ihr freie Auswahl! Und wer sagt, dass ihr nur alleine spielen müsst? Fordert eure Freunde und Familie heraus und zeigt, wer der Ballwerfchampionist! Und für diejenigen, die ihre Fähigkeiten noch verbessern möchten, haben wir auch Tipps und Tricks parat! Ihr werdet in kürzester Zeit wie ein Profi werfen und könnt damit angeben, wie ihr wollt! Worauf warten? Los geht's! Familie Röper legt euch ein, alle möglichen Gewinne abzustauben und mit vollen Händen! Ach, was rede ich da! Natürlich mit vollen Armen nach Hause zu gehen! Das familienfreundliche Spiel mit der riesigen Gewinnauswahl der Familie Röper erwartet euch! Das Besondere bei uns, Kinder bis 12 Jahren halten pro Spielrunde 4 Bälle! Also, wer von euch hat Lust auf eine Runde Ballwerfen? Ich kann euch versprechen, dass ihr dabei mehr Spaß haben werdet, als beim Verknoten eurer Schuhbänder oder Kuscheln mit eurem Partner! Und hey, keine Sorge! Wenn ihr den ersten Wurf erwählt, das ist wie beim ersten Deck! Da muss man auch erst einmal warm werden! Aber sobald ihr den Boden raus habt, werdet ihr süchtiger sein, Bälle auf unsere Dosen zu werfen und Gewinne abzustauben! Es ist wie eine Therapie! Ihr könnt all eure Aggressionen rauslassen und dabei auch Preise gewinnen! Also, kommt vorbei! Wir sehen uns bei der Ballwerfbude! Und glaubt mir, ihr werdet es nicht freuen! Kommt her, rollt die Dosen ab und holt euch im Handumdrehen eure Gewinne ab! Werft eure Bälle auf unsere einfach zu treffenden Dosen und ihr winnt tolle Preise! Und wenn ihr abrollt, habt ihr freie Auswahl! Und wer sagt, dass ihr nur alleine spielen müsst? Fordert eure Freunde und Familie heraus und zeigt, wer der Ballwerfchampieren ist! Und für diejenigen, die ihre Fähigkeiten noch verbessern möchten, haben wir auch Tipps und Tricks parat! Ihr werdet in kürzester Zeit wie ein Profi werfen und könnt damit angeben, wie ihr wollt! Worauf warten? Los geht's! Komplett! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Familie Röper legt euch ein, alle möglichen Gewinne abzustauben und mit vollen Händen, ach was rede ich da, natürlich mit vollen Armen nach Hause zu gehen. Das familienfreundliche Spiel mit der riesigen Gewinnauswahl der Familie Röper erwartet euch. Das Besondere bei uns, Kinder bis zwölf Jahren erhalten pro Spielrunde vier Bälle. Also, wer von euch hat Lust auf eine Runde Ballwerfen? Ich kann euch versprechen, dass ihr dabei mehr Spaß haben werdet, als beim Verknoten eurer Schuhbänder oder Kuscheln mit eurem Partner. Und hey, keine Sorge, wenn ihr den ersten Wurf verfehlt, das ist wie beim ersten Ding, da muss man auch erst einmal warm werden. Aber sobald ihr den Bogen raus habt, werdet ihr süchtiger noch sein, Bälle auf unsere Dosen zu werfen und Gewinne abzuschrauben. Es ist wie eine Therapie. Ihr könnt all eure Aggressionen rauslassen und dabei auch Preise gewinnen. Also, kommt vorbei. Wir sehen uns bei der Ballwerfbude. Und glaubt mir, ihr werdet es nicht bereuen. Kommt her, rollt die Dosen ab und holt euch im Handumdrehen eure Gewinne ab. Werft eure Bälle auf unsere einfach zu treffenden Dosen und gewinnt tolle Preise. Und wenn ihr abrollt, habt ihr freie Auswahl. Und wer sagt, dass ihr nur alleine spielen müsst, fordert eure Freunde und Familie heraus und zeigt, wer der Ballwerfchampion ist. Und für diejenigen, die ihre Fähigkeiten noch verbessern möchten, haben wir auch Tipps und Tricks parat. Ihr werdet in kürzester Zeit wie ein Profi werfen und könnt damit angeben, wie ihr wollt. Worauf warten? Los geht's! Da haben wir da noch mal ein Echo rein. Worauf warten? Los geht's! Das hört sich aber geil an. Das ist ja schon richtig cool. So, wir brauchen ein Echo. Wir brauchen ein Delay. Schausteller mögen Echo. Beziehungsweise Delay. Das war das Falsche. Hier brauchen wir Delay. Worauf warten? Worauf warten? Worauf warten? Los geht's! Worauf warten? Los geht's! Worauf warten, worauf, lass geht's Worauf warten, worauf, lass geht's Halt natürlich jetzt ganz schön nach Nicht schlimm So, wir fangen eigentlich an mit 0 Das ist unser Echo und hier ist 0 Zack, zack Schön waagerecht Jetzt schneiden wir das So, und los geht's, Echo rein Los geht's Los geht's Los geht's Los geht's Ja! Musik Musik So Wir haben ja noch ein bisschen mehr Schauen wir mal Wir werden dann auch noch ein paar kurze nehmen Jetzt brauchen wir erstmal Samples Samples Vielleicht können wir nachher auch Flug der Karibik nehmen Das wäre vielleicht auch eine Maßnahme, ne? Ja Vierter Track So 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 Das ist immer, wenn man die Musik nicht leiser macht. Kommt vorbei, wir haben jede Menge Bälle und Dosen für euch bereit. Ballwerfen wartet auf euch, lasst uns zusammen Spaß haben. Und denkt daran, wir haben immer eine großartige und spaßige Zeit bei uns. Kommt vorbei, wir haben jede Menge Bälle und Dosen für euch bereit. Ballwerfen wartet auf euch, lasst uns zusammen Spaß haben. Und denkt daran, wir haben immer eine großartige und spaßige Zeit bei uns. Damit ihr eure Preise auch sicher nach Hause bringen könnt, müsst ihr sie natürlich abholen. Also lasst euch nicht entmuttern. Kommt vorbei, wir haben jede Menge Bälle und Dosen für euch bereit. Ballwerfen wartet auf euch, lasst uns zusammen Spaß haben. Und denkt daran, wir haben immer eine großartige und spaßige Zeit bei uns. Kommt vorbei, wir haben jede Menge Bälle und Dosen für euch bereit. Ballwerfen wartet auf euch, lasst uns zusammen Spaß haben. Und denkt daran, wir haben immer eine großartige und spaßige Zeit bei uns. Damit ihr eure... Ist ja krass, ne? Kommt vorbei, wir haben jede Menge Bälle und Dosen für euch bereit. Ballwerfen wartet auf euch, lasst uns zusammen Spaß haben. Und denkt daran, wir haben immer eine großartige und spaßige Zeit bei uns. Damit ihr eure Preise auch sicher nach Hause bringen könnt, müsst ihr sie natürlich abholen. Also lasst euch nicht entmuttern, wenn ihr einen weiteren Wurf braucht, um euren Traumgewinn zu ergattern. Wurf braucht, um euren Traumgewinn zu ergattern. Wurf braucht, um euren Traumgewinn zu ergattern. Erfbare Bälle, wenn ihr einen weiteren Wurf braucht, um euren Traumgewinn zu ergattern. Und wenn ihr euch noch mehr Anreize wünscht, dann haben wir auch für euch etwas. Wir bieten Sonderaktionen an, bei denen ihr noch bessere Preise gewinnen könnt. Was hier sehr außergewöhnlich ist, ihr könnt Punkte sammeln. Außergewöhnlich ist, ihr könnt Punkte sammeln. Ihr seht, denen ihr noch bessere Preise gewinnen könnt. Was hier sehr außergewöhnlich ist, ihr könnt Punkte sammeln. Ihr seht, bei uns gibt es immer etwas zu gewinnen und zu erleben. Also kommt vorbei, werft eure Bälle und nehmt eure Preise mit nach Hause. Wir freuen uns auf euch beim Ballwerfen. Kommt vorbei, werft eure Bälle und nehmt eure Preise mit nach Hause. Wir freuen uns auf euch beim Ballwerfen. Nehmt eure Preise mit nach Hause. Wir freuen uns auf euch beim Ballwerfen. Wir freuen uns auf euch beim Ballwerfen. Solltet ihr nicht abräumen, könnt ihr die Spielpunkte sammeln und durch unseren Angebotspreis für alle Spielverrückten und Sammler auch noch Geld sparen. Solltet ihr nicht abräumen, könnt ihr die Spielpunkte sammeln und durch unseren Angebotspreis für alle Spielverrückten und Sammler auch noch Geld sparen. Solltet ihr nicht abräumen, könnt ihr die Spielpunkte sammeln und durch unseren Angebotspreis für alle Spielverrückten und Sammler auch noch Geld sparen. Also probiert auch euer Glück. Solltet ihr nicht abräumen, könnt ihr die Spielpunkte sammeln und durch unseren Angebotspreis für alle Spielverrückten und Sammler auch noch Geld sparen. Also probiert auch euer Glück. Und vielleicht seid ihr ja sogar besser als Aglau. So ihr noch Geld sparen. Also probiert auch euer Glück. Vielleicht seid ihr ja sogar besser als Aglau. So ihr Ballwerfen begeistert. Also probiert auch euer Glück. Vielleicht seid ihr ja sogar besser als Aglau. Also probiert doch euer Glück, vielleicht seid ihr sogar besser als die Grau. Vielleicht seid ihr sogar besser als die Grau. Vielleicht seid ihr sogar besser als die Grau. Also probiert doch euer Glück, vielleicht seid ihr sogar besser als die Grau. Geht doch euer Glück, vielleicht seid ihr sogar besser als die Grau. Der ist ein bisschen laut, pack den mal nach oben hin. Kommt vorbei, wir haben jede Menge Bälle. Kommt vorbei, wir haben jede Menge Bälle und Dosen für euch bereit. Weilwerfen wartet auf euch. Lasst uns zusammen Spaß haben. Und denkt daran, wir haben immer eine großartige und spaßige Zeit für uns. Damit ihr eure Preise auch sicher nach Hause bringen könnt, müsst ihr sie natürlich abholen. Also lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr einen weiteren Wurf braucht, um euren Traumgewinn zu ergaffen. Und wenn ihr euch noch mehr Anreize wünscht, dann haben wir auch für euch etwas. Wir bieten Sonderaktionen an, bei denen ihr noch bessere Preise gewinnen könnt. Was hier sehr außergewöhnlich ist, ihr könnt Punkte sammeln. Ihr seht, bei uns gibt es immer etwas zu gewinnen und zu erleben. Also kommt vorbei, werft eure Bälle und nehmt eure Preise mit nach Hause. Wir freuen uns auf euch beim Ballwerfen. Solltet ihr nicht abräumen, könnt ihr die Spielpunkte sammeln und durch unser Angebotspreis für alle Spielverrückten und Sammler auch noch Geld sparen. Also probiert doch euer Glück und vielleicht seid ihr sogar besser als die Blau. DTV Jingles, hallo? Ne, warum? Ja, das bin ich, aber trotzdem. Was soll das jetzt? Wir sind doch schon optimiert. Ihr steht doch schon auf Platz 1. Was wollt ihr denn noch? Mehr als 1 geht nicht. Ne, das brauchen wir eigentlich nicht. Warum? Ich will aber nichts optimieren. Nein, ich will ja nichts optimieren. Wir haben Stärken und wir haben Schwächen. Und das sollen die Leute auch wissen. Und darum haben wir auch so viel Erfolg. Verstehen Sie? Natürlich, für mich schon. Das andere interessiert mich halt jetzt gar nicht. Verstehen Sie? Ne, warum? Ich hab Erfolg oder wir haben als Firma Erfolg. Wir sind voll in der Saison, wir haben voll zu tun. Wir machen Bombenumsatz. Was soll ich dann noch großartig optimieren? Ja, das brauch ich doch nicht. Der Internetauftritt interessiert mich eigentlich gar nicht, weil wir nur durch Mundpropaganda leben. Verstehen Sie, wie ich das meine? Wenn ich ein tolles Produkt auf den Markt schmeiße und derjenige das bestellt hat und die anderen hören das, dann kommen gleich 10 andere an und wollen das auch haben. Das Internet ist für mich nur 10% wichtig. 90% geht nur über Mundpropaganda bei uns. Das ist einfach so. Okay. Ja, bis dann. Tschüss. Leute, ich krieg die Krise. Ihr wisst gar nicht, was das für eine Frau war eben gerade. Ich erzähl euch das mal. Sie wollte eine Web-Analyse machen für unsere Website. Schlagwörter wie Kermis-Jingles, Kermis-Vocals, Kermis-Voices. Stehen wir auf Platz 1. Was willst du dann noch großartig optimieren? Ja, sie können noch mehr Umsatz machen, bla bla bla. Ich sag, wir leben zu 90% durch Mundpropaganda und 10% vom Netz. Also wenn jetzt 10 Leute kommen, die sich bei uns melden, ist einer dabei, der uns im Netz gefunden hat. Und 9 durch die Mundpropaganda. Was soll ich da großartig optimieren? Ja, da sind so einige Fehler und so. Wir machen eine Web-Analyse. Ich sag, wisst ihr was, das interessiert mich alles gar nicht. Oh Leute, ganz ehrlich, wisst ihr was die wollen? Die wollen nur Kohle, Kohle, Kohle. Sobald die Firma immer größer und größer und größer wird, kommen alle Leute an und halten die Hand auf. Nein, wir sind zwar kein Einzelunternehmer, wir sind von mehreren Leuten abhängig, weil die eben halt auch einsprechen müssen. Aber Leute, mal ganz ehrlich. Wir kämpfen hier alleine. Uns geht's gut. Die Leute sind zufrieden, was wir bauen und was wir machen. Ich verstehe diese ganze Problematik nicht. Die wollen einfach nur den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Genauso das gleiche mit Bitcoins und was weiß ich. Gebt einfach nur mal Bitcoins ein bei Google. Ihr seid angemeldet. Das dauert keine fünf Tage oder sechs Tage. Dann ruft irgendeiner aus England an und der will euch Bitcoins verkaufen. Oder man guckt irgendwelche Werbung. Ja, ich brauche einen neuen Mischer. Dann gehe ich auf eine große Zeitung und auf einmal an den Seiten die tollen Mischer von der Firma und von der Firma. Du wirst jetzt heutzutage nur noch total ausspioniert, ganz ehrlich. Also von daher, wir machen da jetzt das mal weiter. Wir sind jetzt bei 11,30 oder so. Ne, 13 Minuten fast. Drei Blöcke. Drei Blöcke. Erster Block. Musik. 25. 26. Und bei 11. Kommt hin mit fünf Minuten. Wenn wir drei Blöcke fertig haben, müssen wir über 15 Minuten liegen. Gerade einfach. Leute, 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 ey. Kommt vorbei. Wir haben jede Menge Bälle und so sind wir euch bereit. Ballwerfen wartet auf euch. Lasst uns zusammen Spaß haben. Und denkt daran, wir haben immer eine großartige und spaßige Zeit bei uns. Damit ihr eure Preise auch sicher nach Hause bringen könnt, müsst ihr sie natürlich abholen. Also lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr einen weiteren Wurf braucht, um euren Traumgewinn zu ergattern. Also wir machen das jetzt so. Wir machen jetzt erstmal die Musik rein, die Sprachdatei. Wir können es daher noch ein bisschen auseinanderziehen hier und da. Da kommen dann natürlich nachher noch Effekte rein. Das ist der dritte Schritt. Wir sind heute bei Teil 2. Wenn wir da die Bandansage fertig haben, dann kommen die Effekte, wie wenn die Dosen vom Tisch fallen und 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 und. Also von daher ist es noch gar nicht fertig. Wir müssen jetzt mal sehen, dass wir die Länge hinkriegen. Geplant sind 60 Minuten. Wir haben jetzt drei Blöcke weg. Wir brauchen immer pro Block ein Block mit Musikstück fünf Minuten Minimum. Und das werden wir auch haben. So, jetzt führe ich mir das mal kurz an zum Schluss. Ihr seht, bei uns gibt es immer etwas zu gewinnen und zu erleben. Also kommt vorbei, werft eure Bälle und nehmt eure Preise mit nach Hause. Wir freuen uns auf euch beim Ball werfen. Solltet ihr nicht abräumen, könnt ihr die Spielbrücke sammeln und durch unseren Angebotspreis für alle Spielverrückten und Sammler auch noch Geld sparen. Also probiert doch euer Glück. Vielleicht seid ihr sogar besser als ihr glaubt. Mann, 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 Leute, Leute, Leute. Ich bin mir gerade auf, ey, wisst ihr das? Das ist so, weil wir wollen es optimieren. Mein Gott, wir haben im Jahr 650.000 oder 700.000 Klicks. Was willst du da noch optimieren? Also so geil sind wir jetzt auch nicht, dass wir jetzt sagen, okay, wir müssen jetzt jeden und auch jeden Bürger überzeugen, dass wir bei uns bestellen. Nein, das ist doch absoluter Schwachsinn. Also, ich weiß nicht. Mann, 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 Leute, 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 Leute. Was bist du da noch? Okay. Weißt du das? Musik Musik So, jetzt brauchen wir ja den nächsten Track. Wir sind denn bei drei Blocks bei 15,50. Geplant waren pro Block fünf Minuten, sind wir schon einige Minute drüber. Das ist sehr gut. Jetzt machen wir die nächste Hintergrundmusik für die nächste Sprachdatei. Schauen wir mal, was wir nehmen. Musik Die nehmen wir mal. Das sind dann Track Nummer sechs. So, wie gesagt, der dritte Step kommt dann noch mit den Sounds, FX-Sounds, SFX-Sounds, etc. und der ist gut. So, wir speichern das jetzt mal ganz kurz ab. Nicht, dass wir nachher einen Stromausfall haben und es ist alles weg. Musik Auch schon gehabt. Alles doof, alles blöd, alles scheiße. Musik 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 We'll be right back. So, Aufnahmen und so an den Tagen. Ist doof und mag ich nicht, schneiden auch nicht, aber sobald das alles fertig ist und du setzt es dann zusammen, ist das schon ziemlich geil. Es ist schon geil. So, jetzt wieder markieren, dann wieder die Lautstärke anpassen. Das macht man ja immer so. Und dann passt es. So, ihr Ballwerfbegeisterten. So, ihr Ballwerfbegeisterten. Kommt näher und lasst euch von unserer Ballwerfbude verzaubern. Eure geschickten Würbe haben die Macht, die Dosen zum Tanzen zu bringen und die Menge zum Jubel zu bringen. Seid ihr bereit? Trommelwirbel bitte! Ab sofort könnt ihr nicht nur die Dosen treffen, sondern auch euer Glück. Trommelwirbel brauchen wir, schreiben wir mal auf. Den Trommelwirbel brauchen wir noch, den müssen wir noch besorgen. Den Trommelwirbel. Den guten Trommelwirbel. Ja, wie gesagt, heute Nachmittag um drei, kommt Teenie. Ja, ich meine, nach einem Mittag. Und dann, ja, kommt Teenie, machen wir die Aufnahmen. Ich weiß nicht, ob wir mit aufnehmen dürfen. Kannst du dir nicht mal selber entscheiden. Und dann machen wir schon für das nächste Projekt, was nächste Woche stattfindet. Da sind, glaube ich, zwei Sprecher gefragt. Ich glaube, Raiko ist noch dabei, der muss noch einsprengen. Ich glaube, der kommt sogar am Wochenende. Müssen wir mal gucken. Ab und zu arbeiten wir auch am Wochenende, ja. Muss sein. Also, auf geht's. Nächstes Band. So, ihr Ballwerfbegeisterten. Kommt näher und lasst euch von unserer Ballwerfmude verzaubern. Eure geschickten Würbe haben. Taubern. Eure geschickten Würbe haben die Macht, die Dosen zum Tanzen zu bringen und die Menge zum Jubeln zu bringen. Seid ihr bereit? Trommelwirbel bitte. Taubern. Eure geschickten Würbe haben die Macht, die Dosen. Seid ihr bereit? Trommelwirbel bitte. Ab sofort könnt ihr nicht nur die Dosen treffen, sondern auch euer Glück. Schnappt euch einen Ball. Zieht mit Pritz nach auf euer Glück. Schnappt euch einen Ball. Zieht mit Präzision und lasst eure Treffsicherheit entscheiden. Welches Tor des Schicksals ihr durchbrecht? Lasst eure Treffsicherheit entscheiden, welches Tor des Schicksals ihr durchbrecht. Und vergesst nicht, dass hier bei uns die Gewinne im Vordergrund stehen. Lasst eure Sorgen fallen, lacht, jubelt und genießt jeden Augenblick in unserer Ballmessbude. So, dann mal kurz Tags gucken. Oh, das ist auch extrem langer Tags. Ja, kriegen wir locker hin. Schnappt euch einen Ball, zielt mit Präzision und lasst eure Treffsicherheit entscheiden. Welche Score des Schicksals ihr durch... Schnappt euch einen Ball, zielt mit Präzision und lasst eure Treffsicherheit entscheiden, welches Tor des Schicksals ihr durchbrecht. Und vergesst nicht, dass hier bei uns die Gewinne im Vordergrund stehen. Lasst eure Sorgen fallen, lacht, jubelt und genießt jeden Augenblick in unserer Ballwerfbude. Jubelt und genießt jeden Augenblick in unserer Ballwerfbude. Schafft es einer von euch einen verrückten Rekord aufzuschauen. Schafft es einer von euch einen verrückten Rekord aufzuschauen. Oder werft ihr eure Bälle mit so viel Elan, dass die Dosen vor Schreck davonlaufen? Lasst uns gemeinsam eine Menge Spaß haben und fast die Dosen vor Schreck davonlaufen? Lasst uns gemeinsam eine Menge Spaß haben und den Zauber des Ballwerfens in vollen Zügen genießen. Also meine lieben Ballwerfchampions, macht euch bereit eure Kräfte zu entfesseln und die Dosen zum Beben zu bringen. Schafft es einer von euch einen verrückten Rekord aufzustellen? Oder werft ihr eure Bälle mit so viel Elan, dass die Dosen vor Schreck davonlaufen? Lasst uns gemeinsam eine Menge Spaß haben und den Zauber des Ballwerfens in vollen Zügen genießen. Also meine lieben Ballwerfchampions, macht euch bereit eure Kräfte zu entfesseln und die Dosen zum Beben zu bringen. Die Dosen zum Beben zu bringen. Werft eure Bälle mit Präzision, werft eure Bälle mit Präzision, lacht über kleine Späße und sammelt unvergessliche Erinnerungen. Kommt vorbei und seid heil dieser magischen Ballwerferfaro, die euch ein Lächeln ins Gesicht zaubert und geht mit fetten Gewinnen nach Hause. Worauf noch warten? Gewinnen ist angesagt. Los geht's! Gut, die beiden kommen nicht mehr dazu. Gut, die beiden kommen nicht mehr dazu. Junge, 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 Junge. So, jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Wir hatten... Wir hatten... Locken. ... ... ... Jetzt bei Yami Da sind die Sounds Den haben wir auch DuckTales war auch ganz cool Wir haben ja für DuckTales auch was gemacht Nee, das war er nicht Das war's War das das? Ach du Scheiße Der ist doch gut, ne? War das nicht der? War das nicht der? Hier ist der Song. Feels like summer, haben wir den nicht, da ist er doch, genau. Genau, meinte ich doch, dass wir den auch noch haben. Vielleicht sein, setzen wir die nachher hinten dran, ne? So ihr Ballwerfbegeisterten, kommt näher und lasst euch von unserer Ballwerfmude verzaubern. Eure geschickten Würfel haben die Macht, die Dosen zum Tanzen zu bringen und die Menge zum Jubeln zu bringen. Seid ihr bereit? Trommelwirbel bitte! Ab sofort könnt ihr nicht nur die Dosen treffen, sondern auch euer Glück. Schnappt euch einen Ball, zieht mit Präzision und lasst eure Treffsicherheit entscheiden. So. Einen Ball, zieht mit Präzision und lasst eure Treffsicherheit entscheiden. Welches Tor des Schicksals, ihr kommt vorbei und seid Teil dieser magischen Ballwerferfahrung, die euch ein Lächeln ins Gesicht zaubert und geht mit fetten Gewinnen nach Hause. Worauf noch warten? Gewinnen ist angesagt. Los geht's! Worauf noch warten? Gewinnen ist angesagt. Los geht's! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.